Das Leben und das traurige Ende von Lillian Harvey Lillian Harvey war eine der bekanntesten Schauspielerinnen des deutschen und britischen Kinos der 20er und 30er Jahre. Mit ihrer charmanten Ausstrahlung und ihrem Talent für Musik und Tanz wurde sie schnell zum Star und eroberte die Herzen von Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Doch trotz ihres Erfolgs war Lillian Harvey auch von persönlichen Tragödien gezeichnet, die ihre Karriere und ihr Leben überschatteten. In dieser Geschichte werden wir uns auf eine Reise durch Lillian Harveys Leben begeben und ihre Höhen und Tiefen, ihre Leidenschaften und Kämpfe erkunden, die sie zu einer der bemerkenswertesten Persönlichkeiten ihrer Zeit machten. Lillian Harvey wurde am 19. Januar 1906 in London als Tochter eines englischen Vaters und einer österreichischen Mutter geboren. Die Familie zog später nach Wien, wo Lillian ihre Kindheit verbrachte und eine musikalische Ausbildung erhielt. Sie zeigte früh Interesse an Musik und Tanz und wurde in ihrer Jugendzeit als talentierte Sängerin und Tänzerin bekannt. Im Alter von 17 Jahren trat Lillian Harvey in einem Revue-Theater auf und wurde schnell von einem Filmproduzenten entdeckt. 1925 debütierte sie in der österreichischen Filmindustrie in dem Film Die Frau von Follier-Bergère. Es folgten weitere erfolgreiche Filme wie Der Kongress Tanzt vom Jahre 1931 und Ein blonder Traum vom Jahre 1932, die Lillian Harvey zu einem der größten Stars ihrer Zeit machten. Lillian Harvey war nicht nur eine talentierte Schauspielerin, sondern auch eine begnadete Sängerin. Ihre charmante Stimme und ihr musikalisches Talent machten sie zu einer der gefragtesten Künstlerinnen ihrer Zeit. Sie sangen viele in ihrer Filme und nahmen auch zahlreiche Schallplatten auf. Nach ihrem Debüt im österreichischen Film im Jahr 1925 wurde Lillian Harvey schnell zu einem der größten Stars der Branche. Sie erhielt viele Angebote für Filmrollen und wurde für ihre charmante Ausstrahlung, ihr Talent für Musik und Tanz und ihre schauspielerische Fähigkeiten bewundert. Ihr erster großer internationaler Erfolg kam 1931 mit dem Film Der Kongress Tanzt. Der Film, der in Deutschland gedreht wurde, war ein großer Hit und brachte Lillian Harvey große Aufmerksamkeit und Anerkennung. Sie spielte die Hauptrolle als Ballerina, die auf einer politischen Konferenz tanzt und sich in einen Diplomaten verliebt. Der Film war ein großer kommerzieller Erfolg und wurde in vielen Ländern gezeigt. Lillian Harveys Erfolg als Schauspielerin und Sängerin führte dazu, dass sie auch in anderen Ländern der Welt berühmt wurde. Sie drehte Filme in Großbritannien, Frankreich, den USA und anderen europäischen Ländern. Ihre Karriere erreichte in den frühen 30er Jahren ihren Höhepunkt, als sie als eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Europas galt. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Sängerin trat Lillian Harvey auch in zahlreichen Konzerten und Bühnenshows auf. Sie wurde für ihre Live-Auftritte bewundert und ihre Fans liebten es, sie auf der Bühne zu sehen. In den frühen 30er Jahren war Lillian Harvey ein internationaler Superstar und eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Film- und Musikindustrie. Ihr Charme und ihre Talente machten sie zu einem der beliebtesten Stars ihrer Zeit und ihr Erfolg schien unaufhaltsam zu sein. Lillian Harveys persönliches Leben war dennoch geprägt von tragischen Ereignissen und persönlichen Herausforderungen, die ihre Karriere und ihr Leben beeinflussten. 1933 heiratete Lillian Harvey den Regisseur und Drehbuchautor Willie Saylor. Die Ehe war jedoch unglücklich und endete 1936 in einer Scheidung. Lillian Harvey zog nach Großbritannien, um ihre Karriere fortzusetzen, während Willie Saylor in Deutschland blieb. Während des Zweiten Weltkriegs engagierte sich Lillian Harvey für die britische Kriegsanstrengungen und arbeitete für die Royal Air Force. Sie trat auch in Konzerten und Shows für die Truppen auf und wurde für ihren Einsatz für die Kriegsanstrengungen geehrt. Dennoch erlitt Lillian Harveys Karriere in den 40er Jahren einen starken Rückschlag aufgrund ihrer Verbindungen zu Großbritannien und ihrer jüdischen Abstammung. Viele ihrer Filme wurden verboten oder zensiert und sie wurde aus der Öffentlichkeit gedrängt. Diese schwierigen Umstände führten zu Depressionen und persönlichen Herausforderungen, die ihre Karriere und ihr Leben beeinflussten. In den 50er Jahren erholte sich Lillian Harvey langsam von ihren Depressionen und kehrte zur Schauspielerei zurück. Sie trat in einigen deutschen Filmen auf, darunter Das Sonntagskind und Der Mann, der nicht Nein sagen kann. Aber ihre Karriere erreichte nicht mehr die Höhen von früher. Obwohl Lillian Harvey immer noch geliebt und bewundert wurde, verblasste ihr Stern allmählich und sie zog sich schließlich aus der Öffentlichkeit zurück. Sie verbrachte den Großteil ihres Lebens in der Abgeschiedenheit und starb einsam und vergessen in Jean-Lepin in Frankreich. Der Tod von Lillian Harvey war genauso tragisch wie ihr Absturz. Sie starb am 27. Juli 1968 in Jean-Lepin in Frankreich im Alter von nur 62 Jahren. Ihr Tod wurde als Selbstmord durch eine Überdosis Schlafftabletten eingestuft. Lillian Harvey hatte lang mit Depressionen und persönlichen Herausforderungen gekämpft, die ihre Karriere und ihr Leben beeinflussten. Es wird vermutet, dass diese Probleme zu ihrem Selbstmord führten. Ihr Tod erschütterte die Film- und Musikindustrie und löste Trauer und Bestürzung bei ihren Fans auf der ganzen Welt aus. Lillian Harvey hinterließ ein Vermächtnis als eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der europäischen Film- und Musikindustrie, die die Herzen von Millionen von Fans erobert hatte. Obwohl ihr Leben und ihr Tod von Tragödien überschattet wurden, bleibt Lillian Harvey in Erinnerung als eine talentierte Schauspielerin und Sängerin, die in den 20er und 30er Jahren zu einem der größten Filmstars Europas aufstieg. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal!